Ich stand noch unter Schock und konnte mich kaum auf den Beinen halten. Ich stand noch unter Schock. Ich musste zum Leuchtturm. Etwas Wichtiges wartete dort auf mich. Sie kennen mich gar nicht, oder Schreiberling? Halten Sie sich für Gott? Glauben Sie, dass Sie sich einfach Sachen ausdenken? Mit Menschen spielen und gefühlen, damit es die Spannung steigert? Jetzt stecken Sie diese Geschichte und ich werde es nicht lösen lassen. Sie sind ein Witz. Ohne Ihren Lektor stünde doch kein einziger lesbarer Satz in Ihren Büchern. Sie werden nie wieder eine Ihrer miesen Geschichten. Sie haben den Termin verwarfst! Mist. Sie können mich nicht aufhalten! Ich erkannte, dass er eine Figur aus der Geschichte war, an der ich gearbeitet hatte. Wie fühlt es sich an, durch die eigene Schöpfung umzukommen? Wie fühlt es sich an, durch die Schöpfung umzukommen? Müller! agus! 通 thread growl Mister Wake, ich bin's. Klaes Newart, wissen Sie noch? Schwell, schw Hearing, wir dürfen keine Zeit verlieren! Vielen Dank.